Hallo zusammen! Die Messezeit steht vor der Tür und für mich beginnt dieses Jahr die Messesaison mit einer ganz speziellen Messe, für mich persönlich das allererste Mal, und zwar die Spirit of Fishing in der Wiener Neustadt. Diese findet vom 26. bis zum 27. Januar statt und ich werde an beiden Tagen da sein. Unter anderem sind da natürlich viele Anragende aus der Szene, ein riesen Rahmenprogramm mit Kindererlebniswelt, Cashback-Lotterie, Vorführbecken und so weiter. Und auch ich darf am Samstag einen Vortrag dort halten. Ich freue mich natürlich, euch dort alle begrüßen zu dürfen. Für mich, wie gesagt, das erste Mal, aber ich habe schon einiges gehört und freue mich sehr, meine Messesaison mit der Spirit of Fishing zu starten. Bis dahin, alles Liebe und alles Gute! Tschüss!